Ah, halli, hallo, hallöchen, mein Ansager funktioniert jetzt gerade irgendwie nicht mehr so gut, warum auch immer. Ähm, die Ansage All-Pick kommt nicht mehr, ähm, das ist definitiv was, wo sie dran arbeiten müssen. Ansonsten, war das so, ne, zumindest für den Anfang, oder ne, hm. Hm, das ist alles so wenig. Keine Ahnung. Am besten hoffe ich darauf, dass ich eine Rune bekomme und mir gleich die Schuhe kaufen kann. Ah, ja, mal sehen. Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Hm. Wollen wir denn den mit dem Balken auf dem Rücken, oder ist das nur einfach ein extra? Hm. Was? Weh. Äh, Platzika, ach so. Ja, könnte wieder mal echt scheiße laufen. Oder eben auch Linich, ich weiß nicht. Wer ist denn dann, Phantom, Nico alleine? Dann lass doch Storm Spirit und, 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 ähm, Phantom Assassin eine Lane alleine. Nein. Oder auch nicht. 49 im Battle Pass. Alter Schwede. Wow. Das ist krass. Ich habe mich überlegt, dass ich da auch noch hin will. Ja, Master. Let's have a good clean match today. Wie sieht's eigentlich aus? Carry, Dural Blood Jungler. Alter, du kriegst nie raus, welche Stufe Carry. Stufe 1. Okay. Ähm. Und das halte ich für nicht mal unwahrscheinlich. Traurigerweise. Hm. 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 Ich bin der Einzige, der was setzt. Vielleicht haben die anderen keine Punkte mehr. Oder sie wollen einfach nicht. Wer weiß. Mann, oh Mann. Ähm. Später mit Phantom Assassin. Da können wir auch einen Schein hauen. Jetzt. Unsichtbar von denen wird ja keiner von denen. Außer Invoker würde sich. Aber das wäre, glaube ich, sein Todesurteil, wenn der jetzt hierher kommen würde. Zum Raune Clown. Stupendous, mein Master. Ups. Was hat er denn dabei? Oh. Da. Brottel. 660. Ja. Schon klar. Er braucht die 100 für die Brottel direkt. Ähm. Schicke ich ihm dann rüber. Sobald. Nee, ich muss absolut am Ball bleiben. Wie ist er denn? 5 am besten? Oder 6? Na. Na. Dangit. Ja. Na. Schade. Oh. Oh, ich hätte mir sie auch hier drücken kaufen können, natürlich. Mal gucken. Das ist die Hauptsache, dass ich jetzt erst mal nicht... Das ist gut. Zwei Denies, vier Last Hits. Das klappt nicht. Invoker ist tot. Das ist gut. Wenn der am Anfang ein bisschen einen Dämpfer kriegt... ...dann sollte das kein... Alles klar. Das ist eigentlich eine recht gute Kombi, bis auf dass ich deine Last... ...oder, die Last Hits... Oh, du Kleine... Ich habe die ja überhaupt nicht gesehen. Nein! Ah! Scheiße! Mist, 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 Mist. Dieses Gift... ...von Viper ist echt ätzend in der Verlangsamung. Sonst hätte ich das überlebt. Wenigstens habe ich nicht viel Kohle verloren. Wenigstens habe ich nicht viel Kohle verloren. Die ich jetzt wahrscheinlich gerade wieder auffüllen kann, weil es wirklich... Das waren bestimmt keine 100... ...die ich da... ...verloren habe. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß, Techies ist gerade ein bisschen abwesend, aber ich weiß, was er macht. Und Sentry wäre ein Chance gut. Ich weiß, dass Techies fehlt. Ah, jetzt hat er mich mit einem seiner Links da geholt. Ähm, naja. Hoffen wir doch mal, dass Ventecky sich hier ausgetobt hat. Ah, hm, gut. Sehr gut. Ja, normalerweise sieht man das ja. Ich hoffe, ich bin dann stark. Da hat er es. Ach so, der heilt ja mal. Ist ja auch nichts aus. So. Jetzt kann es nicht. Okay, es geht. Missing Middle. Wir müssten wirklich mal Wards aufstellen, dass wir zumindest wissen, wo dieser Blödmann rumrennt. der, was die Bomben dahin legt. Das wäre immer noch so was. Okay, 4-4. Der gute Anfang. hat wohl etwas betäuscht. Oh. Da habe ich das Gefühl, dass eigentlich jetzt hier so ein Blink mal nötig wäre. Um mich da weiter nach vorne zu bringen. Hm. Ja, der legt die zwischen die Bäume. Das ist das Problem. So. Echo Subber. Ach, scheiße. Muss die angreifen. Verdammt. Tag. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. genug und hat ihn erwischt, scheiße, nicht gut, so, okay, er ist wieder da, Mist, 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 ah, okay, das ist gut, das ist gut, Techies fehlt die ganze Zeit, ich, das ist echt nervig, allerdings scheint er sich echt nur irgendwie da rechts im Jungle rumzutreiben, wenn man das so mal, hm, dang it, alles klar, okay, Midtower, wieso ist doch gerade keiner, achso, oh, hm, ah, schade, das war nicht gut, leider, scheiße, ich werde sterben, ich werde wahrscheinlich aufgreifen müssen, das Problem ist, komm mal zu dem hin, wenn er verlangsamt ist, Mist, eigentlich müsste ich mich irgendwie unsichtbar machen, was denn, was denn, was denn noch beikommen, verdammt, so, Mist, Mist, verwundbar, aber nicht, wenn ich schon vergiftet bin, oder? Ja, 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 ich gebe ein Gift, hier, das ist ganz ähnlich, so, ich muss erst noch die Kontrolle übernehmen, okay, ja, 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 denn dann doch n bisschen, ja, ja, sowieso ist es irgendwie, ja, jetzt mach mir wie ein bisschen wurscht, nehme ich hier die... Ah, Mann. Komm schon, das ist aber... Wunderbar. hat er einen explodierenden Angriff vielleicht sollte ich in die Mitte gehen oder so ob das so eine gute Idee ist keine Ahnung so, sie hat schon mir fehlen noch so gut, ziemlich genau naja das war schon die ganze Zeit naja so kann es gehen ich nehme doch mal an ist da hier überall was hingelegt haben wir was ist das denn? passiv ich glaube ich habe es hier verbunden mit Abraven hab ich ja Resistenz, alles klar das ist mir tatsächlich mal gut bei dem bekomme ich einfach keine Last Hits das ist nervig, wie sonst war es so wow das war eine Laufschung damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich habe natürlich jetzt absolut keinen Nahkämpfer hier müsste ich schon fernstehen was ist das denn kommen? ja, danke fürs Unsterblichsein das war ein Woker alles klar okay das war nicht schlecht so hat man hier eigentlich noch wen? Platzika ach Scheiße ihr wollt mich doch jetzt komplett verarschen Mann die sind Nervensäge dann kannst du nicht mal irgendwo dich hinflüchten dein Top Tower ist unter Attack nicht zu schön jetzt woer kann ich ein utilizzatoren jetzt dass ich dann das übersnet die 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 Na, scheiße. Dang it. Das geht auch schon mal besser. 15, 15? Komischerweise, er ist total ausgeglichen gerade. Sehr hinüber. Hm. Oh, ja, ja, ja. Jetzt lassen wir hier... ...strange gearbeitet. Das wird das so nichts tun. Oh, ja, ja. Hm. Du, welcher Echo-Subber. Glaub ich. Hast du jetzt geblitzt? Ja, glaube ich. Vielleicht hab ich einfach nur getäuscht. Hm. Nein, 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 lieber zurück. Was? Oh, erst ab... Alles klar. Oh, ja. Erst ab Stufe 2 kann ich AC ins Rübe. Hm. Ah, gut zu wissen, dass man es überhaupt kann. Hm. Nein, 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 nein. Alles klar. Nein, nein, nein. Bei Lifestealer ist das irgendwie, selbst mit erhöhtem Angriffstempo nicht wirklich was. Wieviel habe ich denn? 1,3 und das auf Level 9? Ach du Halland. Ich glaube wirklich, dass da langsam alle Atribute besser sind. Die anderen sind bestimmt schon einiges weiter. Oh ja, ach du Scheiße, ey. Ich hänge hier nur noch die ganze Zeit bei rum. Oh ja, ich bin ein Schaden. Machst du dich. Machst du dich, was du Schaden? Machst du dich? Machst du dich? Machst du dich? Alles klar. Fuck. Okay. Hast du das tatsächlich geschafft? Hm. So langsam wird das doch was. Oh ja. Oh ja. Oh shit. Okay. Beinahe hat's funktioniert. Wow. Das war nicht schlecht. Ach, das kann er immer einsetzen, wenn er genug Mana hat, was es kostet. Scham eine ganze Menge. Hm. So. 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 Wunderbar rein. Was ist die Frage? Kriege ich jetzt? Das klappt nicht so richtig. Doch, jetzt. Aha. Wow. Jetzt haut das wieder nicht hin. Das ist ein kleines Problem. Ups. Fuck. Ah, ja. Okay. Okay. Nicht gut. Shan, telekordiere dich doch hin. Oh, scheiße. So, und jetzt werden sie wahrscheinlich auf Shan gehen. Okay. Okay. Ein Tod umsonst. Er hat's nicht geschafft. Okay. Wo hab ich's jetzt? So. Vielleicht kann ich's jetzt doch noch. Na. Ist nicht genug. Guck. Oh. Was war das denn zum Schluss? Ja, Mist. Ich muss damit aufhören. Noch bin ich nicht so weit. Noch bin ich überhaupt nicht so weit. Dang it. Scheiße. Ehm. Mach's nicht. Dumme Idee. Ach, wir bräuchte ich noch. Ja, auf jeden Fall mehr. Was denn? Oh ja, Vengem Assassin. Das ist doch. Was denn? Ah. Ecosaber, so. Und jetzt kommt das Bescheuerte. Leben und Mana Regeneration für mich. Und dann noch mehr Lebensdiebstahl prozentual zu meinem Schaden. Das war wahrscheinlich ein bisschen strange, aber... Ich hoffe, wenn das so läuft, wie geplant... ...dann haupt das ganz gut hin. Wups. Okay. Okay. Nein, scheiße. Das war vollkommen fail. Das war vollkommen fail. Hm. Das sollte mein Leben einfacher machen. Ich muss jetzt gucken, wie die Schadens hat sie jetzt. Double damage. Okay. Das ist so sehr, dass ich ganz sehr betreut bin. So, jetzt muss ich dann aber auch gleich in den Kämpfer rein, sonst... So, jetzt kommt der verrückte Teil. Mal sehen, ob es funktioniert, so wie ich es mir denke. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal zwölf Lebensregenerationen. Das ist eigentlich... Das ist schon nicht schlecht. Da kommen wir jetzt nicht, deine... Hm? Wieso kriege ich denn keine? So. Okay. Das... Ja. Hm. Das wäre jetzt nicht nach Plan. Hm. Äh... So. Okay. Weil dann ist es auch so, dann habe ich das als Aura, was ja auch gerade schlecht ist. Das... So. Also, langsam geht's doch. Äh... Midtower... Was haben wir denn hier? Stimmt, ich hab von... Zeit, hier ist es gar nicht so viel. Oh. So. Ich bin irgendwie noch nicht so überzeugt, dass es so funktioniert. Ich weiß nicht warum. Da ist Plastiker. Hm. 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 Okay. War wohl dann doch schon auf dem Weg weg. Hm. 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 So. 200 brauche ich noch. Oh. Schön. Scheiße, ich verstehe nicht bitte, wann er abläuft. Was war das? Das war doch... Ich weiß nicht. Äh... Das war doch eine schöne, oder? Okay Der Wauker ist zurück. So. Gut, jetzt wird erstmal hier eingekauft. Du siehst doch. Das wusste ich doch. Komm schon. Also. So. Ich weiß überhaupt nicht, ob dieser... Ich muss ja noch Worts stellen. Das merkt ein bisschen, dass ich das irgendwie jetzt grad nicht hinbekomme, weil die ausbekauft sind. Blöderweise. Naja. Wunderbar. Oh, da steht schon einer. Okay. Bringt also nichts mehr. Hm. Ah. Ah. Der ist auch kein... Wunderbar. Ist ja auch Wurscht. Tadaaa. Alter Granitgolem. Ist ja witzig. So. Jetzt geh ich mit dem alten Granitgolem. Ist das überhaupt... Lebenspunkte erhöht. Wunderbar. Ja. Ah. Hab ich jetzt vielleicht... Oh. Oh. Hm. Hm. Ah. Ist wirklich schon weg. Hat er schon recht. Ähm. Gern. Verwählen. Ja. Ah. Ah. Das dauert noch so lange mit dem Ward. Wow. Wow. Das war krass. Ja! Geh weg! Nein! Malingering! Dominator! So! Unacceptabel! Er, 2! Er, 2! Hm? Unstoppable! So! Wunderbar! Ich hab noch nicht mal meine V eingesetzt gehabt. Ach, C! Komm schon! Hm. Ja. Wow! Zum ja! Scheiße! Hm. 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 Ich hab noch nicht mehr auf. Ich hab was so aus, ne? So. Schau dann. Ach, ne. Ach, ne. Oh, ich sollte mal... Shit, ey. Die muss ich auch noch setzen. Das ist das Problem. Das macht mir keinen Spaß. Oh, Mann. Hm. Hm. Hm! Kann ich mir noch irgendwas aufsuchen? Oh nein, falsch, ja? Im Ernst? Hm. Ist das ein verdammter Ernst? Ich hab das gar nicht benutzt. Ah. Dein Gechirr. Yes, the enemy's middle tower is fallen. Hm. The radio... Was? Was? Nein, gefilmt wir uns, oder? Er hat es nicht hingekriegt. Im Ernst? Steht irgendwo... Wofür habe ich eigentlich geheilt? Okay. Wieso habe ich das denn nicht geschafft? Verdammte Hacke. Wo ist das denn? Wofür haben sie insgesamt 2... 2.000 nur? Das kann doch nicht sein. Verdammt. Ich muss ja noch eine Runde mit Lifestealer spielen und 6.000 bekommen. Und... Ach, Kacke. Klar, ich bin auf Damage gegangen, anstatt auf Geschwindigkeit. Doof. Na ja, gut. Also, auf ein neues. Bis. Yeah. Na ja.